Leute, schlagen wir doch zurück auf die, die diese Corona-Regeln aufgestellt haben. Arbeiten wir für keinen einzigen Beamten mehr. Für keinen. Auch nicht für die Polizei, auch nicht für die Bürgermeister. Wir machen nichts mehr für die. Wir arbeiten nicht mehr für die. Wir tun nichts mehr für die. Die haben natürlich auch keinen einzigen Cent eingebüßt, diese Beamten, die Sklavenhalter. Nicht mal einen Cent haben die eingebüßt durch die Corona-Regeln. Für uns Sklaven. Nur für die Sklaven haben sie diese Regeln. Und noch 80 Millionen Nazi-Gesetze, die sie immer noch haben. Die haben sie aber nie abgeschafft. Die tun ja immer wieder neue Nazi-Gesetze dazu machen. Und natürlich auch ihre Corona-Regeln. Und weil die Sklaven so herrlich verblühtet sind, weil sie überhaupt nicht Mathematik kennen, Physik, Bio und Chemie. Das gehört übrigens alles zusammen. Die kennen es halt nicht. Die sind halt dumm, dummer, am dummsten. Dummer wie ein Eimer jauche. Und dann haben sie noch die große Fresse. Das kommt erschwärmend hinzu. Für ihre Blödheit. Das tut weh. Das tut weh. Tun wir nichts mehr für die Arbeit. Einfach nichts. Nichts mehr. Wenn da Strom, wenn da irgendwie was kaputt ist, macht da nichts. Fragt die Leute erstmal nach dem Beruf. Auch wenn er sich draußen bedient. In den Cafés. Fragt jeden am Tisch, was ist er von Beruf, wenn er bei der Stadt ist, hier. So ein Beamter. Nichts verkaufen. Gleich sagen, er hat Corona. Möchte mit ihm nichts zu tun haben, Abstand halten. Mit denen will man nichts zu tun haben. Mit solchen Verbrechern. Die auch noch 10 Jahre eher in Rente gehen. Während du länger arbeiten musst, die 10 Jahre. Und bei denen fängt die Pate eben 10 Jahre eher an. Und bei uns hört sie 10 Jahre später auf. Das sind 20 Jahre Unterschied. Und wenn sie eine alte, auch eine Beamte ist, dann sind es 40 Jahre Unterschied. Im Gegensatz zu uns, wo man dann länger arbeiten muss. Also für die. Obwohl, die haben ja noch nicht gearbeitet. Ein Beamter arbeitet nicht. Wieder noch. Der kann ja nichts. Hat er nichts gelernt. Der kann nichts. Der ist einfach. Nichts mehr für die Toten. Nichts mehr für die Regeln. Gar nichts mehr. Lass die uns verhungern lassen und verdorsten.